Ja Leute, willkommen zu diesem Video und heute kein hektisches Hin und Her, kein Gekatte wie immer, sondern ein Real Talk Video. Das Video wird ein One-Taker, denn hier soll eben wirklich meine Meinung kommen. Bedeutet also, ich habe hier zwar kleine Stichpunkte, aber eben kein Script und kein Schnitt. Bedeutet also, ihr kriegt wirklich die volle Dröhnung Wahrheit. Ja, Real Talk zu Master Duel. Heute geht es um Master Duel. Beim Master Duel musste ich sagen, zunächst einmal, ich war sehr gehypt auf das Spiel per se. Das Spiel wurde angekündigt, ich so, ja man, endlich, endlich haben wir das, was wir wollen. Gleich kam ein kleiner Dämpfer, alle im Trailer. Manche Karten sind nur durch gewisse Ereignisse erhaltbar und alle waren so, oh nein, pay to win. Ich muss sagen, ich dachte, das ist auch ein Duel Links, ganz kritisches Thema. Dann kam mir später noch Cross Duel aus, wo sie es wieder gemacht haben, aber jetzt Master Duel kam raus. Und ich hatte extrem Angst, dass das Ganze eben irgendwie pay to win ist oder es extrem schwer ist oder extrem schwierig die Karten zu kriegen. Aber diese Angst wurde eben nicht bestätigt. Das Spiel ist nicht pay to win. Wer das denkt, ja, der hat gerade leider zu wenig Ahnung. Klar, wenn du alle Edelscheine bekommst, sofort ausgibst und rausballerst, dann wird es schwer, ein komplettes Deck hinzukriegen, was du möchtest. Weil du musst deine Karten zerkraften und so. Aber, ja, allgemein, ich schreibe eben zerkraften auf, habe ich gar nicht zum Punkt aufgeschrieben. Ja, eben live. Aber, ja, wie gesagt, wenn ihr wisst, wie ein gutes Deck gebaut wird, was gerade gut ist und ihr baut zielstrebig das Deck, ihr könnt easy, wenn ihr bei 0 anfangen, nach irgendwie 10 Stunden, ne, nicht mal, ich glaube, nach 2, 3 Stunden, kommt ihr automatisch schon fast ein fertiges Deck bauen. Mit dann 10 Stunden Spielzeit habt ihr ein komplettes Metadeck for free. Also, ich weiß nicht, wo das Problem ist. Story-Mode spielen ist wichtig. Es gibt viele Erfahrungen, Karten auch, so wie Rageki und so. Also, lohnt sich auch. Von daher, ja, aber, wir wollen natürlich nochmal beim Anfang anfangen, ich bin schon mittendrin, und zwar der Shadow Drop. Ja, es gab einen Shadow Drop, wir wussten, Master Group kommt irgendwann, aber niemand wusste, wann es kam. Und dann kam es einfach und alle waren überrascht. Was, was, wie, heute, was? Ich weiß noch, ich lag im Bett und habe die News bekommen. Ich so, ja, ich muss heute Abend streamen. Ja, war natürlich sehr spontan. Viele kritisieren das, ich fand das sehr gut. Shadow Drops haben einen großen Vorteil. Die Community verbreitet es rasend schnell und es ist mehr eine News. Wenn halt sowas ist wie, ja, am 10.10. kommt das Spiel raus. Jeder weiß das gefühlt schon. 100 Jahre vorher sind 1000 Berichte dazu geschrieben. Und, ja, die Reichweite ist halt sehr zerstreut. Bei Shadow Drop ist alles am einen Tag. Es verbreitet sich rasend schnell. Die ganze Community weiß Bescheid. Ja, und streamen, also streamen sind explodiert, ist halt gut. Es verbreitet sich von sich aus. Und es hat auch funktioniert. Es waren riesen viele Spieler. Wir hatten immense Spielanzahl, auch viele Retro-Spieler natürlich. Ja, und es war geil. Es war super. Yu-Gi-Oh! war gefühlt beliebter denn je. Und dann sind sie alle wieder weggelaufen. Und da kommen wir jetzt auch zu. Wir fangen an. Was ist nicht so gut, beziehungsweise allgemein? Ich werde am Schluss nochmal ein Gesamtfazit machen, aber wir fangen jetzt eben nochmal an. Ja, was war da los? Was war los? Spiel kommt raus. Okay. Es wurde Datenmining betrieben. Bedeutet, Leute haben im Quellcode etc. geguckt. Was kommt in der Zukunft? Alles geil. Mega geil. Ja, passierte aber nicht. Es gab keine Events. Es gab keine neuen Karten. Es gab keine neuen Maps, Begleiter, Cosmetics. Es gab Ränge. Es gab nicht mal alle Ränge. Immer noch gibt es nicht alle Ränge. Äh, was ist da los? Äh, was ist da los? Ich rede mich hier schon voll in Rage, aber was ist da los? Also warum haben wir immer noch nur Diamant bisher? Warum gibt es kein King of Games in Master Duel? Warum? Warum nicht? Ich verstehe es nicht. Check ich halt nicht. Warum ist es keine Rangliste? Es ist ein Online-Game. Mach doch eine Rangliste. Dann sieht man, wer kein Leben hat und halt erster Platz ist. Ist doch geil. Äh, man kann auch sagen, ey, ich war diese Season wieder in Top 500 oder so. Ist doch geil. Warum gibt es das nicht? Äh, ich verstehe es nicht. Also das ist so ein Punkt, check ich nicht und das haben viele nicht gecheckt und das war aber mit ein Grund, warum viele auch weggegangen sind. Äh, die haben gefühlt, also es ist jetzt nicht gelogen, nach einer Woche warst du durch. Nach einer Woche warst du Max-Ranked, Story-Modus durch, äh, also alles durchgesuchtet, äh, alles freigeschaltet, quasi was geht. Äh, natürlich, ne, man kann es immer mehr Decks haben, aber generell halt alles durch. Hast die Decks gebaut, die du wolltest, ähm, hast alles gekauft, was es gibt, also es war alles weg. Ähm, ja, ärgerlich, verstehe ich nicht. Also wirklich, also da kommen wir auch gleich halt, wie gesagt, zu Mates und kaufen. Leute, was ist da los? Äh, Cosmetics. Also das Spiel ist Free-to-Play, finde ich super, finde ich super gut. Ähm, aber sie müssen ihr Geld machen, also durch Edelsteine, dass die halt gekauft werden. Wie kann man das machen? Indem man halt, ähm, das System, wie man Karten kriegt, sehr schwer macht. Das haben die so mittelmäßig schwer gemacht. Ich persönlich finde halt das Craften super, weil so ist jede Ultraware sinnvoll. Äh, klar, ne, nur zum Drittel dann. Aber jede Ultraware ist sinnvoll, ist natürlich cool. Man muss sich auch gut überlegen, will man das jetzt zerlegen oder nicht, braucht man das für zukünftige Decks oder nicht. Ist nice. Mag ich das System, wirklich. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ähm, aber ja, Mates, äh, pff, warum so wenig? Warum? Warum so wenig Spielfelder? For real jetzt. Ballert doch 100 Mates raus. Ich würde alle kaufen. Ich würde dafür Geld ausgeben. Holt alle Mates. Holt Mates Spielfelder. Warum gibt's gefühlt ein neues Mate nur pro Kampf, äh, Dual Pass, Dual Pass, kommen wir später zu. Nur pro Dual Pass, der dann halt irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, 100 Jahre geht. Ähm, und dann vielleicht mal ein neuer, weil irgendwie, joa, mal, wir haben was, äh, wie Besonderes. So, warum? Warum gibt es nicht jetzt schon über 100 Mates oder so? Macht es doch. Es kostet kaum Zeit. Also, es ist kaum aufwendig für die Programmierung. Klar, du musst es erstmal machen. Aber du kriegst damit Geld. Damit verdienst du das Geld. Warum ist das nicht so? Also, ich spiele das Ganze. Ich habe noch nicht 1 Cent im Master-Do gesteckt. Ich habe über 20 Decks. Ich habe alle Mates, alle, na gut, 2, 3 Spielfelder nicht, weil ich die nicht mag. Aber ich habe alle Spielfelder sonst. Ähm, ETC. Ich hole mir, also, ich verstehe es nicht. Also, ich habe immer noch Edelsteine über. Was ist da los, Leute? Also, warum, Konami? Macht doch mal, macht doch einfach mehr. Also, ballert doch mehr raus. Wäre doch cool. Also, ich finde, je mehr Vielfalt da ist, desto besser. Und nicht nur in Events. Macht doch wirklich für, also, für Events ist es auch nice. Aber macht doch auch wirklich, dass man sich das eben kaufen kann. Ich hänge mich zu sehr hier schon auf. Ähm, ja, Events allgemein. Events sind nett. Ganz nice. Aber, ähm, ja, also, ist nett. Finde ich gut. Sind regelmäßig. Ähm, finde ich super. Dann, aber, ähm, Datum. Was ist mit euch mit einem Datum? Yeah, wir haben einjähriges Jubiläum. Aber wir haben nicht zu Release-Date das, sondern machen das später. Ist okay, aber, ne, ist okay. Aber da denke ich mir auch so. Das ist einfach unprofessionell. Äh, unprofessionell jedenfalls. Sind Übersetzung. Also, Übersetzung ist auch ganz anders schwierig in diesem Spiel. Aber es sind so Kleinigkeiten. Ganz ehrlich. Es gab ein Pokémon-Spiel, wo es komplett, äh, FPS-Drops hat. Juckt, niemand ein Spiel. Läuft. Äh, ich glaube, das ist immer so, so, kann man dran dran meckern. Aber es sind halt so Aspekte, die am Ende eben nicht so viel sind. Wo man aber sehr, sehr viel meckern kann, ist TCG oder OCG. Wir haben ein eigenes Master-Duel-Format. Ist nett, aber es wurde uns anders versprochen. Und, äh, wenn etwas versprochen wird, sollte man es einhalten. Warum kann man nicht TCG spielen und OCG spielen? Warum? Oder von mir aus, äh, es ist jetzt alles programmiert. Bring Master-Duel 2.0 raus und dort geht das. Monatliches Abo, 10 Euro. Let's go. Ich kauf's sofort. Let's go. Äh, offizieller Simulator, aktuelle Decks, OCG, aktuell alle Karten, TCG, aktuelle Karten. Ähm, dann sogar World Cup-Liste. Macht auch dieses Worlds, ähm, Ban-List-Prinzip deutlicher für alle. Manche wissen gar nicht, was das Worlds-Format ist. Kann man halt dann eben mit, äh, halt ihm reinpacken. Ja, ähm, also, warum kann man nicht TCG spielen? Dann natürlich Best-of-One. Man muss sagen, für das schnelle Spiel, also für so Duell, einfach so mal nebenbei, ist ein Best-of-One gut. Also Best-of-One ist dafür wirklich gut. Es soll halt nicht sein, dass du halt, wenn du ein Duell startest, gleich so denkst, ja, okay, ich spiel jetzt hier halt 40 Minuten. Ähm, nee, ähm, du spielst halt meist kürzer, was gut ist, geht also ein bisschen schneller. Finde ich nice. Aber die Option sollte gegeben werden, dass man ein Best-of-Three spielen soll. Und falls ihr euch fragt, ja, aber dann spielt ja keiner Best-of-One. Äh, das ist falsch. Ähm, allein jetzt nur als Beispiel, ne, ähm, bei Dueling Book, äh, dort ist das so, dass eben Best-of-One geht, aber auch Best-of-Three geht. Beides wird gespielt. Spielt, warum nicht, äh, wie gesagt, macht einfach bei beides eine Rangliste rein, äh, fertig. Das wird geballert wie bekloppt, also, ähm, ja. Fehlt halt, äh, ich denke mal, das wird auch nicht passieren. Wir werden eine Worlds bekommen, das ist schon sicher jetzt. Ähm, und bei der Worlds, äh, wird Master-Duel-Format gespielt. Da wird kein TCG, kein OCG, es soll halt ein Sonder-Format sein. Wir haben halt Duelings, was natürlich was ganz anderes nochmal ist. Wir haben das TCG, mit OCG ja kombiniert natürlich. Ähm, aber es ist das normale Kartenspiel halt, ähm, wird's geben. Und dann natürlich Master-Duel. Wäre natürlich echt sinnfrei, wenn wir Master-Duel haben, ist es die gleichen Meta wie bei normalen TCG. Wurde sie gegemischt. Ja, natürlich macht's schon Sinn zum Angucken, dass es unterschiedliche Meta hat. Aber, wie gesagt, äh, die Leute wollen TCG und auch, äh, GOAT. Warum wird das jetzt erst eingeführt? Es wurde erst dreiviertel Jahr später, wo es eingeführt wird, dass du verbotene Karten craften kannst. Lass die Leute doch verbotene Karten craften. Wen juckt das denn? Mich juckt das doch nicht, ob der da hinten GOAT spielen will. Mich juckt das nicht, aber die Community juckt das. Ähm, lasst es doch machen. Warum so spät? Also, warum so spät? Das kann man bei fast allem sagen. Warum gibt es nicht so viel oder warum so spät? Äh, ich check's nicht. Oder warum gibt's gar nicht, ne? Wie gesagt, ähm, ja, und dann Turniere. Turniere. Wir hatten jetzt hier Challenger Cups. Okay, Challenger Cups, mega nice. Äh, es gibt keinen Weg daran vorbei. Wer sagt, das war blöd, ähm, ja, der mag Master Duel halt einfach nicht. Also, for real. Äh, die Challenger Cups waren 10, äh, nee, waren 20 von 10. Also, so, so richtig krass gut. Ähm, jetzt kann man kritisieren, es war ein Best-of-One-Format. Jedoch in den Top-Card hatte man ein Best-of-Three-Format. Mit indirektem Side-Deck. Ähm, ja, war eigentlich ganz nett. Ähm, natürlich kann man sagen, man sollte auch Vorrunde Best-of-Three machen. Ähm, wenn's Challenger in Zukunft gibt, vielleicht wird's das geben. Dann auch ein Best-of-Three schon vorher, vielleicht auch nicht. Ich find's halt mega nice, dass man hier halt eben keine Decklisten braucht und so. Keine ewige Anmeldung. Man geht rein, let's go, fertig, ne. Finde ich super. Ähm, aber, ähm, die Turniere ist, ich will einfach ein Turniersystem im Spiel haben. Also, nicht nur Ranked, äh, Freeplay, Turnier. Und von mir aus auch, also, dann kannst du reingehen. 32er Turnier, 64er Turnier, also natürlich gestaffelt mit einem K.O.-System. Und dann spielst du noch ein K.O.-System. Und dann, der Gewinner kriegt 500 Edelsteine. Fertig. Also, natürlich, je nachdem, ne, wenn's nur Top-8 ist, wär ein bisschen hoch. Aber es geht ums Prinzip. Edelsteine-Farm. Let's go. Die Size-gute Spieler werden mehr belohnt. Ähm, und, äh, wenn es so attraktiv sind, die Turniere, dann werden ja viele Leute spielen. Dann spielen nicht nur, ähm, die Hardcore-Profis, die so Events mit, sondern auch Leute, die halt vielleicht gerade angefangen sind. Ähm, vielleicht kann man da sogar noch eine Unterteilung machen. Vielleicht kann man aufgrund des Accounts und der Spiel, also der Spielzeit, irgendwie das ein bisschen berechnen. Ähm, ja, ähm, oder irgendwie, ich hab da keine Ahnung, aber ich mein nur, vielleicht kann man das noch ein bisschen eingliedern. Aber wäre schön, wenn's das geben würde. Oder, ähm, ja, Turniere. Ähm, Konami hat hier absichtlich oder unabsichtlich, das weiß ich nicht, äh, verhindert, dass man sehr gut Turniere veranstalten kann im Master-Duel. Denn man kann Duel-Räume erstellen und auch mit mehreren Leuten spielen, aber das Ganze ist auf 50 begrenzt. Bedeutet also, weil du ein Turnier über 50 Teilnehmer haben musst, musst du mindestens zwei Räume öffnen. Was extrem kompliziert ist. Ähm, allgemein, ähm, das natürlich aus einer privilegierten Sicht jetzt. Es wäre auch okay, wenn gewisse Creator nur die Vollmacht bekommen, größere Räume zu machen. Also es sind nur gewisse Accounts, die diese Fähigkeit haben, eben größere, ähm, Räume zu öffnen. Zum Beispiel 200, 300, 400, 500, 600 Teilnehmer, um eben Turniere zu veranstalten. Wie gesagt, dann ausgewählte Kanäle von mir aus. Aber dann gibt es das. Ähm, selbst jetzt hier bei Challenger Cups gab's das nicht. Ähm, find ich halt ein bisschen schade. Oder einfach halt für alle im Let's Go. Ich weiß halt nicht, wie das mit der Serverleistung ist. Es kann sein, dass wenn jetzt gefühlt aus Troll da irgendwie 20 Leute, äh, Zehntausender Räume aufmachen. Ihr wisst, was ich meine. Äh, crashen die Server. Aber, also vielleicht muss man da eine Grenze setzen. Aber so ist es nicht praktisch. Es hilft nicht. Die Community hilft es nicht. Und die Community wollen Try-Hards haben. Entweder gibt es als, also als Spielmodi halt Turniere. Oder eben gibt es die Möglichkeit, mit den Duel-Räumen irgendwie, ähm, Turniere zu machen. Ähm, ja, äh, ja, verstehe ich halt nicht. So, dann noch ein, äh, noch zwei Sachen, die ich auf jeden Fall unbedingt ansprechen will. Duel-Pass geht so lang. Ähm, ich find's sinnvoll, dass ein Duel-Pass nicht irgendwie zwei Wochen geht. Weil manche Leute spielen halt, ähm, ja, in einem Wochen-, einem Monat-Rhythmus vielleicht, vielleicht einen Tick länger. Aber der Duel-Pass geht einfach viel zu lang. Es ist unglaublich. Es ist viel zu lang. Selbst wenn du nur die Events minimal mitspielst und nur max-ranked gehst, jedes Season, ist der Duel-Pass zu schnell zu voll. Also entweder machst du den Duel-Pass so, dass er langsamer zu erfüllen ist. Dafür dann größere Rewards. Oder eben, dass du sagst, ey, okay, äh, der Zeitraum ist kürzer. Ähm, ich check's halt nicht. Also ich check's halt wirklich nicht, warum er so lang ist. Jede Season, äh, es ist so bescheuert. Also viel zu lang. Ja, und dann, das, was mich wirklich mit aufregt, ist Duelist Cup. Duelist Cup hab ich beide mitgespielt. Bin beim ersten unter den Top 200 gewesen. Beim zweiten unter den Top 500. Ne, unter den Top 1000, Entschuldigung. Oder Top 10.000? Ich weiß grad gar nicht. Es geht darum, ich habe auf jeden Fall die Rewards bekommen, auch in Stage 2. Ähm, und ich finde das Prinzip beschissen. Das kann ich einfach offen so sagen. Es ist absolut dumm. Es kann nicht sein, dass weder Win-Ratio noch, ähm, wie oft du verloren hast. Also ist ja, lol. Also, ähm, aber es geht an so ein Prinzip, dass ich es bescheuert finde, dass man eben, es ist egal, wie oft du, also, nicht, wer 100 Duelle gewonnen hat und davon 10 verloren hat, ist nicht ganz weit oben. Nein, es ist der oben, der 10.000 Duelle gemacht hat und 10.000 Duelle verloren hat, so ungefähr. Es ist, das, das kann nicht sein. Äh, dieses Event geht 72 Stunden und es gewinnt quasi der, der kein Leben hat. Wer schläft, verliert. Und das ist halt wirklich so. Das ist kein gesundes Konzept. Macht es wie andere Spiele, ähm, zum Beispiel, du darfst so lange spielen, bis du 10 Mal verloren hast. Und dann hast du halt am Ende 50 Wins 10 Mal verloren. Okay. Und wer dann halt am meisten Wins hat in diesem Bereich, ähm, der ist dann halt der Erster. Und du kannst halt immer wieder versuchen. Also, du fliegst raus an den 10 Loos, gehst wieder rein ins Turnier, machst das Ganze nochmal, bis du halt einen neuen Rekord aufstellst. Äh, dann kann man auch halt kein Leben haben, aber du kannst wenigstens theoretisch, wenn du einfach jedes Duell gewinnst, First Try, einfach auch einen Tag spielen, Turnier, bist Erster, let's go. So absolut bescheuert. Ich hoffe, bei Worlds wird das nicht so. Bitte macht es nicht bei Worlds so. Bitte nicht. Weil Worlds für mich ist etwas sehr Besonderes. Äh, es ist halt schwierig, dort hinzukommen. Aber ich finde es einfach schlecht, dass es daran handgemacht wird, dass der zu den Worlds gehen darf, der eben einfach kein Leben hatte. Das ist nicht sinnvoll aus meiner Sicht. Was ist das? Ja, ich hatte kein Leben, ich hab 2000 Mal verloren, aber ey, pff, ich hab einfach 20.000, äh, Duelle gemacht. Juckt es mich nicht, ich bin Erster. Nein, das ist komplett bescheuert. Es, es zeichnet nichts aus. Sinnvolles Aufgeben war sinnvoll. Ich habe 23 Stunden gestreamt und das Beste und Effizienteste war, wenn du wusstest, dass du verlierst. Instant Scrooom, nächste Reihen. Streets, Scrooom, nächstes Reihen. Du musst so viele Duelle wie möglich in dieser Zeit schaffen. Absolut bescheuert. Also gefällt mir gar nicht. Und wehe Worlds wird genauso. Wehe auch nicht. Ähm, ja, also das ist wirklich bescheuert. Ähm, ja, was vielleicht abschließend zu sagen. Generell, ich muss sagen, Masa, du gefällt mir sehr. Das liegt einfach daran, ähm, da ich Abwechslung und Yu-Gi-Oh! mag. Und Masa, du bietet eine zusätzliche Abwechslung. Aber es fehlt noch diverse Punkte. Man hat vieles verschlafen oder hat es immer noch nicht. Wie gesagt, ich habe genug Aspekte, glaube ich, genannt, was hier stört. Man kann hier wirklich viel noch verbessern und ich verstehe es einfach nicht. Dieses Spiel könnte viel mehr Geld abwerfen und es würde niemanden stören. Wie gesagt, mehr Cosmetics. Einfach ballert uns zu mit Cosmetics. Ne, ist nicht so. Ähm, verstehe ich einfach nicht. Check ich nicht. Aber so ist das Ganze. Aber generell gefällt mir das Spiel trotzdem. Ich wünsche mir dennoch, dass eben vieles verändert wird. Weil einfach das Spiel so viel Potenzial hat und es einfach nicht genutzt wird. Und das ziemlich schade ist. Und das sehen, glaube ich, sehr, sehr viele. Und die Spielerzahlen gehen auch dementsprechend zurück. Challenger Chaos war ein guter Anfang, aber hört jetzt nicht auf damit. Sondern macht bitte weiter. Ähm, und ja, das war meine ehrliche Meinung zu dem ganzen Thema. Ist auch ein bisschen emotionaler geworden. Ähm, aber ich glaube, es ist ein guter Blick. Ähm, kann einen guten Blick hier reingeben, wie ich das Ganze finde. Wie gesagt, generell, ich mag das Spiel. Ich spiele es aktiv durchgehend, wenn nicht nur ein Streamer, auch privat. Ähm, ist ein nice Spiel. Aber, ähm, ja, ich bin jetzt auch keiner, der da jetzt jede Woche 100 Stunden reincheckt, ne? Also ich versuche mal, Max-Rank zu werden und alles zu holen. Alle Events, alle Belohnungen. Und das war es dann auch. Also, ist halt so. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt ja zu wenig Möglichkeiten. TCG, OCG, bla bla bla, haben wir alles schon besprochen. Ja, aber im Großen und Ganzen finde ich das eigentlich ganz nett. Ja, jetzt möchte ich aber wissen, ihr, bewertet das Spiel mal von 1 bis 10. In den Kommentaren begründet das mal ein bisschen. Wird mich wirklich interessieren, wie ihr das Ganze findet. Ich würde dem Spiel vielleicht eine 6 von 10 geben, weil es ist wirklich nach Luft nach oben. Viele Wünsche wurden gesagt, es gibt es. Gibt es aber nicht. Bescheuert. Ähm, und ja, also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber ist an sich ein nettes Spiel und es hat Potenzial. Und vielleicht kriegen wir noch das Spiel, was wir wollten. Aber eben jetzt noch nicht. Wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Und viel Spaß beim Duellieren. Und ja, das ist jetzt ein Floskel, aber musste sein, auch wenn es hier One-Cut ist. Also, danke sehr und ciao. Tschüss.